AFK Arena hat einen neuen Gutscheincode für uns am Start und damit herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich denke mal, die meisten von euch wissen es ja. Ich befinde mich auf dem Test-Server, daher kann ich die Codes so eingeben, wie es auch damals der Fall war. Der Link zu der Seite, wo ihr das Ganze dann über den globalen Servern eingeben müsst, ist nochmal in der Beschreibung gelinkt. Genauso wie jetzt nochmal den Gutscheincode, den wir hier eingeben. Ihr seht ihn jetzt hier eingeblendet und dann würde ich sagen, drücken wir hier gemeinsam einmal auf Bestätigen. Ist natürlich ein cooler Gutscheincode an sich. Es gibt ein bisschen Staubgold XP, wovon man nie genug haben kann. Dazu haben wir dann nochmal 600 weitere Diamanten, die natürlich immer köstlich sind. Und dazu haben wir dann noch 20 weitere Lila-Steine, wodurch ihr ja hoffentlich alle einen weiteren lilanen Helden ziehen könnt. Und dann ja, soll es das tatsächlich schon gewesen sein von dem Video zu dem Gutscheincode. Ich würde sagen, wir sehen uns heute irgendwann im Verlauf des Mittags zu dem Update-Video mit dem neuen Helden und so weiter. Und dann würde ich sagen, bis dorthin. Macht es auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.